Herzlich willkommen beim Kanal Verschwörungen und Fakten. Direkt nach dem Las Vegas Massaker gab es diverse Falschmeldungen, Fake News und Verschwörungstheorien, die insbesondere in den sozialen Netzwerken für viel Aufmerksamkeit sorgten. In diesem Kontext ließ die Reaktion insbesondere der Angehörigen der Opfer nicht lange auf sich warten. Die Forderung nach dem Löschen der dubiosen Inhalte erzeugte so viel Druck, dass die großen Player wie Facebook und YouTube jetzt reagierten. Das folgende Video zeigt die Maßnahmen von Facebook, Google und Co. Die einen werden es als Bestätigung sehen, dass die Wahrheit unterdrückt werden soll und eine Zensur geübt wird. Die anderen werden sagen, Gott sei Dank, endlich wird dieser Quatsch nicht mehr verbreitet. Aber gucken wir mal, was genau passiert. Beginnen wir mit Facebook. Facebook ist eine der größten Quellen für Fake News und die Verbreitung von Verschwörungstheorien und steht spätestens seit der Wahl von Donald Trump ständig unter Beschuss. Anfangs hat das Unternehmen von Mark Zuckerberg genauso wie Google jegliche Verantwortung für die Inhalte abgelehnt und nur darauf verwiesen, dass sie die Inhalte lediglich weitergeben. Mittlerweile hat sich hier aber der Wind gedreht. Facebook sieht jetzt vor, dass ein kleiner Informationsbutton eingeblendet wird, hinter dem dann ein Wikipedia-Artikel steht, sodass man sich direkt informieren kann, Werner sollen die Algorithmen stärker filtern, woher die Nachricht stammt und welche Quelle dafür steht, sodass dubiosen Fake News-Seiten das Leben schwer gemacht wird. Die meisten von euch wird aber sicherlich noch mehr interessieren, was auf YouTube passiert. YouTube hat bisher eine ähnliche Politik gefahren wie Facebook, das heißt sie haben sich um die Inhalte wenig gekümmert und haben letztendlich wenig rausgenommen bzw. wenig zensiert. Hier gibt es jetzt auch einen gewissen Paradigmenwechsel. Laut dem Guardian hat YouTube insbesondere aufgrund des Las Vegas-Massakers reagiert. Eine der in Amerika populären Verschwörungstheorien hat besagt, dass das Massaker gar nicht stattfand. Man kann sich vorstellen, wie darauf die Opfer bzw. die Angehörigen reagiert haben. Nach diesem Proteststurm wurden diese Videos gelöscht bzw. zensiert. Nach Recherchen des Guardians waren allerdings nach wie vor Inhalte zu finden und es ist ein wenig unklar, wie genau die Zensur stattfindet. Also ob dort Menschen wirklich die Sachen dann einzeln löschen oder ob Algorithmen die Arbeit machen oder ob ein Hybrid aus einem stattfindet. Nach jetzigem Stand ist davon auszugehen, dass nach Attentaten YouTube genauer hinsehen wird, was hochgeladen wird und welche Inhalte dort verbreitet werden. Wir werden die Entwicklung sehen, wie das in Zukunft funktionieren wird und ob es wirklich klappt. Oder ob vielleicht dann die Verschwörungstheorien und Fake News auf andere Portale ausweichen oder andere soziale Netzwerke nutzen. Fern ist natürlich für uns in Deutschland interessant, ob das Auswirkungen hat auf die deutsche Community und was hier verbreitet wird. Auch dies ist aus meiner Sicht aktuell offen. Allerdings ist die mittelbare Wirkung klar. Da sehr viele Inhalte aus dem amerikanischen Raum übernommen werden und lediglich übersetzt werden, wird dort ein ziemlicher Schwund an Informationen stattfinden, sodass mit weniger Inhalten zu rechnen ist. Aber eventuell findet auch in Deutschland bereits hier eine Zensur statt. Der YouTuber Oliver Janich hat zumindest beklagt, dass sein YouTube-Video zu dem Las Vegas-Massaker kurz nach dem Upload direkt wieder gelöscht wurde. Ob diese Information korrekt ist, kann ich leider nicht verifizieren. Klar ist aber, dass man das Video auf YouTube finden kann, da es diverse Re-Uploads gibt, sodass die Zensur, wenn sie stattfindet, zumindest nicht besonders vollständig ist. Zum Schluss möchte ich noch zu einem Fazit kommen, sozusagen die Pros und Kontras abwägen. Jetzt kommen wir zuerst zu Facebook. Sicherlich nicht schlecht, dass man jetzt mehr Informationen zu den Inhalten bekommt. Dass sich Facebook lediglich auf Wikipedia verlässt, kann man an dieser Stelle natürlich wieder kritisch sehen. Aber immerhin. Mehr Informationen ist in dem Kontext als Fortschritt zu sehen. Eine direkte Zensur findet nach meinen Erkenntnissen auch nicht statt. Allerdings werden die Leute aus ihrer Filterblase geholt, was für alle Beteiligten nur gut sein kann. Bei YouTube finde ich den Fall wesentlich schwieriger zu beurteilen. Ich finde, hier liegt ein klassisches Dilemma vor. Einerseits ist eine Zensur nie gut, andererseits ist das Verbreiten von Inhalten, die zu Desinformationen beitragen, natürlich ebenso wenig gut. Die einen werden sich bestätigt sehen, dass sie weit unterdrückt werden soll, dass die NWO regiert etc. Anderen werden sagen, endlich wird dieser Desinformation ein Riegel vorgeschoben und die Leute werden nicht weiter mit so einem Blödsinn verdummt. Letztlich kommen wir hier auf die uralte Frage, wie viel muss eine Demokratie aushalten können und wie viel Zensur es erlaubt, beziehungsweise wie viel Zensur es sinnvoll ist. Eine Demokratie muss natürlich einerseits das Recht haben, sich zu schützen. Man hat gesehen, bei der Weimarer Republik, wenn man das nicht tut, wozu das führen kann. Andererseits muss eine Demokratie mal einen Diskurs zulassen. Zumindest einem Diskurs, der auf einem gewissen Fundament fußt, was dann in einer rechtlichen Ordnung festgehalten wird, also sprich ohne Beleidigung, ohne Diffamierung etc. laufen kann. Aber was sind Fake News? Wie sind die dort einzuordnen? Stellen sie eine grundsätzliche Gefahr dar? Oder muss man vielleicht von Fall zu Fall abwägen? Auch hier habe ich kein Patentrezept. Was meint ihr? Eure Meinung würde mich sehr interessieren. Schreibt es in die Kommentare und gebt einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.